Hey Leute und seid herzlich willkommen zu einer neuen Runde SkyWars auf dem GOMO-Sauber Und das ist übrigens auch mal wieder die erste Runde die ich heute aufnehme an diesem Tag Denn bekannlicherweise sind ja die ersten Runden immer die besten Runden Na, hieß es nicht so Ja, wir schauen mal was wir hier machen heute Wir haben auf jeden Fall schon mal echt gute Dinge für ein Anfang bekommen Das ist ja super Bin ich mich ja gar nicht gewohnt sonst, na Aber gut, wir schauen also daraus machen Na, das glaube ich ist auch sowas Da muss ich auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen Und wir gehen mal rüber hier zum Let's Brian Na, grüß dich Hab vorhin auch schon einen Screenshot mit mir gemacht oder sowas Hm, naja, versteck's auf jeden Fall da unten Geh auch mal runter zu ihm, na Schauen wir mal was wir hier machen Oh ne, er nimmt mich, oder? Uff, ok Das war knapp Machen wir so Hier, Sicherheitseinbau Zack So, nehmen wir mal raus, als wir nicht brauchen können Und die haben wir auf jeden Fall schon mal Wunderbar Wunder, wunderbar Erstmal grüße gehen raus an Brian auf jeden Fall Weil ich denke, das müsste ein Fan gewesen sein von ihm vielleicht Wer weiß, wer weiß Ähm, ja So, schauen wir mal Äh, die nehmen wir erstmal hier rüber Und die Spitzhacke Die brauchen jetzt doch nochmal kurz So Um uns hier wieder rauszubauen Mal eben Dann gehen wir mal weiter So, also das war jetzt mal ein optimaler Start würde ich behaupten Jetzt geht's darum Ähm, dieses Niveau beizubehalten Sag ich jetzt einfach mal So, ich baue das hier mal zu Oder damit wir nicht darauf zugreifen können Beziehungsweise nicht ausschließlich den Rechtsklick drauf machen Mitten im Kampf So Er ist hier Unser nächster Gegner Und er will mich zubauen Oder was Das ist seine Mission Ähm Naja Er gibt seine Mission ab An mich Sehr gut So, ich muss mal noch was Essen hier reinmachen Irgendwo Weil Spitzhack würde ich sagen Braucht jetzt erstmal nicht mehr Also ich hoffe, brauchen sie nicht mehr Wäre ganz gut Wenn die sie nicht mehr gebrauchen So Ähm Ansonsten holen wir mal das hier noch schnell dazu Was sagen wir mal kurz Jetzt können wir hier Dann mache ich das Beste so Aber bei Enderperle Äh Wir machen einen Enderperle auf der 9 Weil 9 Ist bei mir auf der F-Taste halt Also auf der F, ja Und da ist es immer gut Wenn man da so Sag ich jetzt mal Notfallmässig rüberswitchen kann Das sieht man sehr gut So Der kommt jetzt auch rüber Schauen wir mal was wir machen Oder was der macht Jetzt geht jetzt Konzentration Weil das ist einer der letzten Spieler Denken wir wird auch einfach runterkommen Und so hoffst man Er wird einfach runterkommen Hat jemand Spaß geschrieben Oder Spaß Ich weiss es nicht Ich weiss es nicht Ich kann nicht mehr sogar Wasser platzieren Oh ja der ist da runter Ist natürlich mal wieder einer der ganz krassen Wie man offensichtlich sehen kann Na gut Ich bunke mich mal wieder ein Jetzt kommt das nächste Wahrscheinlich TNT oder? So wie es der Standard Der Standard Skyworth Spieler halt machen würde Oder? So Jetzt sind wir noch da oben Gut dann gehe ich halt auch noch hoch Respektive rüber So ich habe gespannt was er so gemacht Kommt er auch wieder rüber und lässt er auch runter Oder baut er sich rüber Oder baut er sich rüber Wo ist denn der? Er baut es weiter hoch glaube ich Oder ist runtergeschwungen und baut es jetzt wieder hoch Naja ich erwarte ihn hier würde ich sagen Der andere ist da drüben übrigens Könnte man sonst vielleicht auch mal versuchen abzuholen Wäre natürlich schon echt nice Wenn ich die Ohne gewinnen würde Wäre natürlich echt cool Hm Wäre da jetzt nur eine Insel weiter drüben Würde ich wahrscheinlich rüber gehen Sneak jetzt ja nicht mal Ich bin mal gespannt wer von denen einen Trecker hat Und wer von mich Wer mich schon gesehen hat Ich gehe mal davon aus Dass mich beide schon gesehen haben Komm ansonsten Der war jetzt jetzt rüber Der andere ist da oben Ja Okay Ich hoffe ich bin nicht derjenige der an den Sandwich kommt So Ich hoffe echt ich bin nicht derjenige Deswegen machen wir jetzt einfach mal das hier Der eine wird scheinlich irgendwie gleich nachkommen Nehm ich mal an Na weil das war jetzt vielleicht doch nicht so sinnvoll Ähm Ich glaube der hat doch noch ein, zwei von denen hier Zudem benutzen wir diese So und jetzt müsste ich eigentlich schon gewinnen können Oder? So der ist jetzt auch hier So und damit sollten wir doch hoffentlich jetzt gewonnen haben oder? Er schreibt GG Dann schreibe ich auch mal GG Ist das der Sieg? Das ist der Sieg Wunderbar Herzlichen Glückwunsch An mich selber Ne natürlich auch an alle Mitspieler Oder an alle die mitgespielt haben Und ja das war doch einfach mal wieder eine feine Runde Sky Wars Leute würde ich sagen Ja Vielen Dank fürs Zuschauen Lass gerne einen Like da Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Bye Bye Peace out Okay Bis zum nächsten Mal.